Wir sind eine Radiologie in einer Klinik in der Innenstadt von Hamburg. Wir sind auf einem sehr hohen technischen Niveau und können alle Anforderungen der modernen Radiologie erfüllen. Ich arbeite mit der neuesten Version des MRTs, des CTs, des konventionellen Röntgens und der Angiographie. Deinen Alltag strukturierst du selbst, indem du für die Patienten Termine mit den Stationen absprichst. Es können allerdings jederzeit Notfälle dazwischen kommen. Der Beruf MTA ist für mich besonders, weil man alle medizinischen Fachbereiche abdeckt. Durch die Kooperation mit der Hamburger MTA-Schule habe ich einen frühen Einblick in das Klinikum bekommen und habe mich sofort als Teammitglied wertgeschätzt gefühlt. Ich habe mich für das Marienkrankenhaus entschieden, weil mir das Leitbild des Marienkrankenhauses sehr zugesagt hat. Um bei uns in der Abteilung zu arbeiten, solltest du eine Ausbildung zum medizinischen technischen Radiologieassistenten abgeschlossen haben. Wenn du Lust hast, uns kennen zu lernen, dann ruf uns gerne an. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal!